Eine Geschäftsmodelländerung ist möglich, du musst nicht immer alles sofort aufgeben, aber auch gucken, wo reite ich ein, also sagt man in der Startup-Szene so, wann reite ich ein totes Pferd, ein Pferd quasi, was nicht mehr reiten möchte, wann ist meine Startup-Idea einfach durch? Startup-Schule, der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute bin ich solo unterwegs und ich bin total voller Glückshormone. Ich fühle mich unglaublich enthusiastisch, weil ich gerade den Lounge meines Startups Capskeeper hinter mir habe und ja, da sozusagen die wochenlange, monatelange Arbeit jetzt Früchte getragen hat. Wir haben die ersten Bestellungen und das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn du Startup-Gründerin oder Gründer bist, also schon dein eigenes Produkt, deine eigene Dienstleistung auf den Markt gebracht hast, dann wirst du dieses Gefühl kennen, wenn viele Dinge gar nicht so funktioniert haben, es Höhen und Tiefen gab und auf einmal fügt sich alles und es klappt. Genau, und ich sitze hier gerade inmitten von riesig vielen Umschlägen, Paketen, Flyern, wunderschönen Ketten natürlich, Intentionsketten, das ist das Produkt, mal kurz Schleichwerbung, die Intentionsketten. Und ja, warum ich die auch erwähne ist, weil ich natürlich euch teilhaben lassen möchte an meinen Erfahrungen aus den vergangenen Wochen, ja im Prinzip schon auch so aus dem vergangenen Jahr, wo so die Idee auch zu Capskeeper, zu den Intentionsketten entstanden ist. Es soll nämlich heute um das Thema Richtungswechsel gehen mit Blick auf deine berufliche Laufbahn oder eben deine Gründung, Richtungswechsel, das nennt sich in der Startup-Szene Pivot, also einfach eine Geschäftsmodelländerung zu machen, wie du das machen kannst, warum das auch wichtig ist und auch überhaupt nicht schlimm ist, sage ich mal so. Weil wir ja oftmals so gerade in Deutschland sehr tunnelmäßig unterwegs sind in eine Richtung, es muss dabei bleiben. Ich möchte dir heute aber einfach aufzeigen, wie es anders geht und warum es sogar wichtig ist, dass du Richtungswechsel machst, egal was du tust. Und auch wenn du jetzt hier im Podcast bist, nee, du bist nicht im Podcast, aber du hörst den Podcast und vielleicht noch ganz am Anfang stehst und irgendwie so ein bisschen denkst, ich habe ja noch gar keine Idee, dann kann ich dir nur sagen, fang halt einfach an, denn Richtungswechsel ist immer möglich. Und ich möchte dir ein paar Learnings aus meinen letzten Wochen mitgeben. Genau, also das Gefühl, das ist schon mal Punkt Nummer eins, das Gefühl, dass das, was du dir in deinem Kopf überlegt hast, dass das auf einmal Wirklichkeit wird, das ist schon unglaublich kraftvoll und wahnsinnig antreibend. Und das, ja, das ist so ein bisschen diese anfängliche Motivation und dann ist es auch unglaublich wichtig, diese Motivation beizubehalten, auch wenn Dinge nicht funktionieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du Resultate hast, also auch dann, sag ich mal, erste Kundinnen und Kunden hast. Und das war jetzt bei uns eben der Fall und darüber freue ich mich total. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe eine Crowdfunding-Kampagne damals gemacht, vielleicht hast du die sogar unterstützt, würde ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken, denn auch sowas ist halt unglaublich wertvoll. Wenn du Menschen hast, die dich unterstützen, an dieser Stelle auch ein Riesendank an meine Freundin Nina und Andrea, die mich unterstützt haben jetzt während des Launches. Und genau, das ist wirklich unglaublich wichtig und ich sage ja auch immer, es ist unglaublich wichtig, dass du dir ein Netzwerk aufbaust, bevor du es überhaupt brauchst. Und wenn du dir nämlich hinterher, und ich sage euch ganz ehrlich, die ersten Züge meines Startups, da kannte mich noch keiner so richtig. Und da, also mit diesen ersten Anläufen, auch wenn hinterher die erste Version von Capskeeper, sage ich mal, gescheitert ist, habe ich da aber sehr, sehr viel Kontakte und viele Erfahrungen sammeln können, die ich jetzt natürlich nutze. Also heute passiert mir das nicht, dass ich, weiß ich, ich mache natürlich immer noch irgendwelche Fehler, ja, so ist es nicht, aber mir passiert es nie, dass ich nicht weiß, wen ich jetzt fragen könnte, wen ich um Mithilfe bitten könnte, wen ich, ja, als Ressource nutzen könnte, ja, und das nur, weil ich halt irgendwann mal angefangen habe. Also, und das ist neben der Motivation, den Resultaten natürlich der zweite Punkt, also einfach mal loslegen, da dann Kontakte sammeln, die können dir auch für, auch wenn du das gegen die Wand fährst, kann dir das auch für nachfolgende Gründungen sehr, sehr helfen. Also, genau, dann ist es ja so, ich hole euch mal ganz kurz ab, für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, was ist überhaupt Capskeeper, ja, also das war mein Startup damals, das waren Zeitkapseln, da haben wir auch die Crowdfunding-Kampagne gemacht. Zeitkapseln, die konnten befüllt werden mit verschiedenen Botschaften, mit einem Brief ans zukünftige Ich, ja, und konnten dann verschlossen werden, versiegelt werden, an uns zurückgeschickt werden, wir haben die dann ein Jahr später wieder zurückgeschickt. Das war aber sehr schnell klar, der logistische Aufwand ist unglaublich hoch. Und wir waren sehr angewiesen auf unseren Logistiker, der uns wirklich, also ich habe immer noch Tränen in den Augen, wenn ich an die Hilfe von diesem Mann denke, an dieser Stelle ein Riesentanker, Dennis Dresbach, der uns da jetzt tatsächlich fast zwei Jahre lang unterstützt hat. Und ohne ihn hätte das gar nicht funktioniert. Ja, und da auch nochmal, es gibt immer Menschen, die einfach Lust haben zu unterstützen, auch meine Freundin Andrea hat das heute gesagt, sie sagte, ganz ehrlich, Nathalie, das ist so erfüllend zu sehen, dass ich da was unterstützen kann, etwas, wofür jemand brennt. Und ja, das möchte ich dir nur mit auf den Weg geben, es gibt die Ressourcen, die du brauchst, immer. Genau, und Capskeeper waren eben diese Zeitkapseln und da haben wir aber irgendwann gesagt und gemerkt, nee, das ist alles viel zu teuer, viel zu aufwendig, viel zu viele Fehlerquellen. Und dann war irgendwann der Punkt gekommen, okay, was machen wir jetzt? Und wir haben dann letztes Jahr an Weihnachten die letzten Kapseln verkauft und waren dann auch ausverkauft und haben dann aber gesagt, wir lassen das jetzt auslaufen. Und dieses Jahr hat es mich irgendwie wiedergepackt und ich habe so gedacht, diese Idee von einer Botschaft oder irgendwas, was du immer wieder dann aufleben lassen kannst, ja, oder womit du dich verbinden kannst, das möchte ich nicht aufgeben. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, Intentionsketten zu machen. Und das ist ein klassischer Pivot, ja, also wir haben das komplette Geschäftsmodell verändert. Dadurch ist jetzt klar, wir werden zunächst einmal auch nur an Frauen herantreten. Da kannst du dir mal das Business Model Canvas zur Hand nehmen, diese große Leinwand, auf der du dein Geschäftsmodell planen kannst und da mal drauf gucken. Ja, und da haben sich ganz, ganz viele Dinge verändert. Die Kanäle natürlich, über die wir die Frauen erreichen oder die Kunden erreichen. Dann natürlich das Produkt selber. Die Vertriebskanäle sind andere, ja, es gibt weniger logistischen Aufwand. Und dafür kommt es aber auf andere Dinge an, andere Kooperationspartner. Und genau, wir haben das eben kombiniert, diese Intentionsketten mit einem Live-Befüllungsevent, wo wir gemeinsam unsere Herzen öffnen, mit einer Meditation, wo zum Beispiel die Annelies war ja jetzt im Podcast, welches gehört im Interview, die Annelies macht eine Meditation mit uns am 6. Dezember. Und auch das, Kooperationspartner, ja, sind andere mit diesem Event zusammen. Die Kette sind andere als nur noch mit der Zeitkapsel. Und das ist der nächste Punkt, den ich dir mitgeben will. Eine Geschäftsmodelländerung ist möglich. Du musst nicht immer alles sofort aufgeben, aber auch gucken, wo reite ich ein, also sagt man in der Startup-Szene so, wann reite ich ein totes Pferd, ein Pferd quasi, was nicht mehr reiten möchte. Wann ist meine Startup-Idea einfach durch? Und dann kannst du immer noch gucken, ob du nicht irgendwie was veränderst, damit es funktioniert. Aber von einem toten Pferd solltest du im Prinzip absteigen. Und das haben wir schon auch gemacht. Also es ist ja wirklich, das Produkt ist ein ganz anderes. Und dennoch in einer ähnlichen Schiene. Jetzt sind wir natürlich im Schmucksegment unterwegs, aber du siehst, es ist möglich. Und das nennt sich, wie gesagt, Pivot. Und es ist etwas, was denke ich mal ganz, oder nein, ich bin sicher, das haben ganz viele Startups hinter sich. Und du merkst, wenn es in die eine Richtung nicht funktioniert, dann funktioniert es gegebenenfalls in die andere Richtung. Und das ist auf alle Bereiche zu übertragen. Also auch wenn du im Segment, ich arbeite ja viel mit Coaches zusammen, die sich selbstständig machen wollen. Wenn du merkst, okay, in die Richtung, da passt das mit der Zielgruppe noch nicht so richtig, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Dann musst du ja nicht ganz alles über den Haufen werben und sagen, ich mache hier gar nichts mehr, sondern einfach mal gucken, wie kannst du vielleicht an deiner Positionierung arbeiten, an deiner Zielgruppe, für wen ist deine Dienstleistung noch interessant. Und dann ist das auf jeden Fall möglich. Also ich bin mega happy, dass ich das gewagt habe. War natürlich auch nochmal eine Entscheidung, auch das anzugehen, einmal von den finanziellen und auch zeitlichen Ressourcen, sind ja immer sogenannte Opportunitätskosten. Also die Zeit, die ich für Capskeeper jetzt aufwende, könnte ich natürlich auch für die Startup-Schule verwenden oder für andere Dinge. Aber ich habe mich dazu entschlossen, weil, ich sage es nochmal, etwas Eigenes zu kreieren, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und wenn du einmal merkst, dass du Menschen ein Lächeln auf die Lippen zauberst mit deinem Produkt, deiner Dienstleistung, wirst du nie wieder etwas anderes machen wollen. Ja, dieses einen Mehrwert geben, zurückgeben. Also ich kann nur sagen, das ist sehr, sehr, sehr erfüllend. Jetzt überlege ich, wie ich das Ganze nochmal sinnvoll zusammenfasse. Einmal, Punkt nochmal, also ich habe hier gleich noch eine Ankündigung zu machen, eine mega Ankündigung. Einmal kurz dranbleiben. Erster Punkt, Motivation, gucken, wie kannst du dich motiviert halten. Zweiter Punkt, dass ein Errichtungswechsel nicht schlimm ist. Aus der ersten Startup-Idee wächst dein Netzwerk enorm. Also Ressourcen werden generiert sozusagen für deine nachfolgenden Gründungen. Und eine Geschäftsmodelländerung ist immer möglich. Und scheue dich nicht davor, die Richtung zu wechseln. Und auch wenn es eine ganz andere Startup-Idee ist, ich sage ja auch immer, die Gründerflamme oder die Unternehmerflamme, wenn du die einmal entfacht hast, dann wird die wohl auch bleiben. Ja, das kann ich nur sagen. Ja, und jetzt mache ich nochmal kurz den Link, sag dir nochmal kurz den Link, www.capskeeper.de, wenn du eine Intentionskette bestellen möchtest. Wir haben jetzt eine Bestellung erhalten von einem Papa, der für seine Tochter ein, vielleicht hörst du das auch gerade, ich fand das so herzerwärmend und habe echt Tränen in den Augen gehabt, seine Tochter eine Intentionskette bestellt hat, die jetzt auch mit am Befüllungsevent teilnehmen wird und da ihre Herzensintention setzen wird und sich dann als 17-Jährige auch schon irgendwie so auf den Weg macht, ihre Persönlichkeit finden wird. Und auch die Kette wird sie dabei auch natürlich unterstützen, sich immer wieder mit ihrer Intention zu verbinden, vielleicht auch schon ihre Gedanken und ihr Verhalten so ein bisschen daran auszurichten. Und das macht mich natürlich unglaublich, unglaublich, ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe, das macht mich so beseelt irgendwie zu wissen, dass die Idee verstanden wird, dass die Menschen das auch toll finden. Und dieser Papa im Übrigen, ich habe das auch schon auf einem anderen Kanal geteilt, ich muss das mal kurz sagen, weil ich glaube, da können sich ganz, ganz viele Eltern auch noch was abgucken von. Er macht auch für seine Tochter dieses Jahr einen Adventskalender, aber einen Außergewöhnlichen, also keine Süßigkeiten, sondern er möchte da auch immaterielle Dinge reinfüllen. Unter anderem bin ich als Kalendertürchen geplant, einen Überraschungsanruf und ja, das ist schon echt Wahnsinn und das hat mich so, so sehr im Herzen berührt. Und ich freue mich, wenn ich am 6. Dezember von 11 bis 13 Uhr einige Herzen berühren darf, in der Befüllungssession, die kannst du dazu buchen zu der Kette. Und dann eine letzte Sache, die kostenfrei ist, wir haben einen Adventskalender entwickelt, einen digitalen Adventskalender sozusagen, der ist wirklich besonders, weil er auch zur Herzöffnung führen wird, dich ins Gefühl bringen wird, 24 Türchen gemeinsam mit der lieben Anja Plattner, die die Raunächte oder Expertin für die Raunächte ist. Und da geht es ja darum, ich erzähle heute so viel, so viel, ich gebe so viele Insights, irgendwie so viele verschiedene Sachen, aber ich kenne das ja von mir damals, als ich so viel Podcast gehört habe, habe ich auch immer ganz fleißig mitgeschrieben, Raunächte, das ist im Prinzip die Zeit zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar und da werden für jeden Tag Wünsche aufgeschrieben und der 13. Wunsch, der bleibt bestehen, der wird nicht verbrannt, die anderen werden verbrannt. Und den kannst du zum Beispiel auch in deiner Kette tun und die Raunächte, die stehen sozusagen symbolisch für jeden, also jede Nacht für einen Monat des nachfolgenden Jahres. Und da achtest du auch auf deine Träume und das ist echt eine schöne Sache, das ist so ein bisschen, ja, das ist was Außergewöhnliches, das ist wirklich was Außergewöhnliches und das macht die Anja und der Adventskalender bereitet da auch ein bisschen drauf vor. Aber auch wenn du die Raunächte nicht mitmachen möchtest, auch dann ist der Adventskalender echt toll, um ins Gefühl zu kommen, einfach jeden Tag aus dem Bett zu springen, um das Türchen zu öffnen. Wenn du dich da anmelden möchtest, packen wir auch nochmal die Shownotes, dann schau da mal oder einfach auf Instagram in meiner Bio, in meinem Profil. Genau. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. The best is here to come und wage dich durch anzufangen und wage dich auch, die Richtung zu wechseln. Genau. Lass uns durchstarten. Alles, alles Liebe, deine Nathalie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.